So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Solomons Keep und zwar ist dies der neunte Part, soweit ich weiß. Immer noch mit dabei ist der Edward, ihr habt's gehört. Und, ähm, wer ist dran? Ich weiß es nicht mehr, es ist her. Oh, Floor 11, Floor 11. Oh, scheiße, ich hab grad gedacht, wir spielen Frostjet. Warum hab ich das gedacht? Hilfe, Hilfe. So, Floor 11. Wer ist denn in Floor 11 dran? Floor 1 und 2 war's du. Du, ähm, ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich dran. Ui, ich hab keine Ahnung mehr, wie stark ich bin. Stark. Nein. Lightning 20. Ja, aber, äh, wie viel Leben ich hab. Was für ein Magic Shield haben wir? Sechs. Wo ist es? Wo ist es? Sechs. Okay, gut, danke. Danke, dass du mich so freundlich darauf hingewiesen hast. Hallo. So, ähm, wer macht den Boss? Du machst den Boss. Ganz genau. Du machst den Boss. Ja. Der liebe Edward macht den Monculus. Den ihr sicher schon alle kennt, oder etwa nicht? Ja, natürlich kennen wir ihn schon. Und übrigens, kleine Anmerkung zum letzten Part. Ähm. Was ich mal dazu... Nein. Der liebe The Scare-Grow hat uns darauf hingewiesen, ähm, dass wir noch einen Zungenwasser vergessen haben. Nämlich der Whisky-Mixer mixt den Whisky... Äh, Whisky mixt der Whisky-Mixer. Ungefähr so. Ich weiß nicht mehr genau, wie er geht. Äh, ich bin behindert. Ich hab' ein schlechtes Gedächtnis gerade. Und, äh, jo. Und der Whisky-Mixer mixt Whisky. Aus der Whisky-Dose. So. Mit dem dichten Fichten dickig sind dicke Fichten wichtig. Jo, du kannst es. Halleluja. So, wir haben den Bosky gefunden. Und, ähm... Der Bosky ist, wie wir alle schon wissen... Für die Öffnung der Bosstorte. Nee. Doch. Nimmst du da rauf? Hellseerische Kräfte. Oh, nein. Okay, nee, ähm... Wir brauchen ein Gesprächsthema. Wow, wow, wow. Fies. Was für ein Fellmann. Vier? 99. Vier. Warte mal, wir haben zu wenig Mahner. Ist das mein Ernst? Ist das mein Ernst? Ja, aber das wird jetzt auch so bleiben. Fürs Erste. Jo, fürs Erste. Buh. Rolls. Zombie-Sept. Passt in dem Zusammenhang sogar mal echt. Uh, Wahnsinn. Hart. Demnächst ist wieder... Demnächst sind wir schon wieder durch mit dem Spiel. Demnächst sind wir schon wieder durch. Finde ich nicht so schön. Ich habe in letzter Zeit eine Überdosis-GLP geschaut. Tut mir leid, wenn ich dezent behindert wirke. Guckt ihr auch schön alle Minecraft-Aura? Du schaust es selbst nicht. Du hast keine Ahnung, worum es ging. Ja, und... Es könnte sich rapide ändern. Rapide. Oh, wieder ein Fachwort. Oh, ein Fachwort. Ein Fachwort. Ein Fachwort. Fachwörter, Fachworten, Fachwörter. Wenn Fachwörter, 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 Fachwörter... Nein, für diese Folge hatten wir uns nicht ausgedacht irgendwelche Behinderten-Regale. Ich mach den. Du bist dran. Wow, wow. So. Ich habe ihn sogar schon verletzt. Bin ich nicht nett? Oh nein. Ich habe ihn schon angekittet für dich. Mach den auf... Oh, Raves. Mach den Glitch. Mach den Glitch. Mach den Glitch. Ach, du Langeweiler, nein. Der Glitch ist cool. Nein, stattdessen lasse ich mich von einem Feuerball treffen. Das ist auch die einzige Attacke, die er kann. Ah, gib's mir. Alter, Alter. Warum hast du so eine Störung? Keine Ahnung. Warum kenne ich jemanden, der eine solche Störung hat? Wir könnten auch... Wohin? Lol. Wir könnten auch über was anderes reden. Außer über Zungenbrecher und über Störungen und geistige Behinderungen und... Hallo. New Kids Nitro. Warte mal, warte mal. Wie gut, dass er mich nicht gejagt hat. Pfeifen auf der Aufnahme... Dafür seine Minions. Pfeifen auf der Aufnahme klingt übrigens ziemlich doof, eigentlich. Jetzt soll ich dich schlagen? Nein. Okay, wir wirken mal in dieser Folge mal gut. Ja, der Monculus kann uns... What the fuck? Rechts ist der Teleport-Knopf. Danke, danke, danke. Dreckiger. Warum schaffst du es hier nicht mal mehr, den Monculus zu besiegen? Wie schlecht bist du denn geworden? Hallo, der ist fies. Mit seinen Miniaturbeinen. Der ist leicht. Sag mal, wehe, du stirbst hier an dem. Okay, warte mal. Warte mal. Kurze Eskalation. Warte mal. Warte mal. Trink dir mal nach Borschen. Trink dir mal nach Borschen. So, jetzt... Lass es, lass es, lass es, lass es. Lass es. Warte mal. Das ist kurz mal die Eskalation hier. Ähm... Ich bin so schlecht für den Monculus auf Wizard. Das ist echt peinlich, ja. Das ist peinlich. 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 Einfach peinlich ist das. Hart. So, ich hab gerade den Offscreen-Glitch gemacht und... Peace. So, jetzt können wir uns mal wieder unsere XP reinziehen. Guten Tag, du bist tot. Wir haben einen Rare Staff gefunden. Plus zweite Frosted, plus zweite Stillwind. Also ein ziemlich geiler. Ich bin dran. Ich bin dran. Es ist Floor 11. Verdammt. Tag. Äh... Einfach gar nichts mehr in diesem ganzen Let's Play, weil... Dann sind wir alle zufrieden. Es hat ja eh einen Sinn. Wir mussten einen Mana-Pod trinken. Mhm. Hart. Ich bin enorm enttäuscht von dir, Eurot. Ich bin kurz davor, jetzt eher XP zu kaufen, weil wir so viel Gold haben. Was mein XP? Wizard Chuck. Hier seht ihr einen Wizard Chuck. Wir kaufen ihn. Was Wizard Chuck bringt, werdet ihr noch sehen. Aber okay, wir werden es euch erklären, weil... Da haben wir eine Wizard Chuck gekauft. Wir decken uns auf jeden Fall erstmal ein, für den Fall, dass Eurot immer wieder so behindert sein sollte und mal wieder was zu sagen sollte. Deswegen werden wir uns mal kurz nachforschen zeigen. Hallo. Hallo. Warum sind wir eigentlich so behindert? Warum? Weil du... Weil wir in der Ecke feststecken. Warum habe ich auf Teleport gedrückt? Ach, das ist doch fast schon Ritual. Ja, es ist... Oh, jetzt bist du gar wehrlos. Doch nicht. Verdammt. Ich kann immer noch schießen in der Ecke. Das solltest du am besten wissen. Stopp. Du hast immer mit dieser ganzen Eckenquatsch angefangen. Das war Zufall. Okay. Aber... Fies, 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 fies. Kannst du eigentlich noch anders kommentieren, als die ganze Zeit nur ein einziges Wort zu wiederholen? Nö. Das ging mit PVZ 2 Let's Play doch auch. Nö. Doch, ging es. Oder? Vielleicht. Erinnert sich da noch jemand dran? Ich erinnere mich da ehrlich gesagt nicht mehr dran. Kann sein. Hey, das waren zwei Wörter. Oh, 100 Punkte für Everett. Ja, 10 Hochanzahl Wörter. Mhm. 1000 Punkte für ihn. 10 Hochanzahl Rechnungen mal 3. Oh. Oh. Sorry, ich hab was ganz Wichtiges vergessen, was in jeder Folge jetzt kommen muss. Kaum mehr Spinat mit dem Blub. Hat sogar welchen. Ja, ich hab sogar welchen. Wir haben sogar welchen im Eiswacht seit neuestem. Ah, ich find das so cool. Nein. Eigentlich mag ich mal keinen. Okay, nein, ich mag schon Spinat. Irgendwie. Ja, Spinat ist schon gut. Aber nur, wenn er gut zubereitet ist. Ja, und wenn er Blub enthält. Nein. Widerspricht mir nicht. Doch. Verdammt. Du hast nicht mal Kaizo geschafft. Ich hab's nicht schaffen wollen. Ist nicht so, dass sie nicht könnte. Es ist so, dass ich einfach keinen Bock drauf hab. Es ist so, dass du's nicht kannst. Okay. Aber du willst es auch nicht. Ja, das stimmt. Warum magst du keine Kaizo-Hex? Das ist komisch. Kaizo ist kacke. Ich möchte mal kurz erinnern, dass ich ersteller eines Kaizo-Hexs bin. Mir auch egal. Du verletzt meine Gefühle. Mir kommen gleich die Tränen, Alter. Wir nicht. Wir nicht. Cool. So, ähm. Wir gehen gleich wieder Level ab. Wusstet ihr das? Oh, nee, warte. Ich darf aber keine EP bei einem Typen kaufen. Weil ich das dem, äh... Machen wir es halt den nächsten Run. Weil ich es dem anderen Listen versprochen hab. Oh, Feuerfiescher-Dinger. Ja, Feuerbrave. So, wir haben schon wieder 1400 Gold. Also, nicht, dass das irgendwie relevant wäre, wie viel Gold wir noch haben. Das war der Kommentar des Jahrhunderts. Das mit dem Kommentieren will, üben wir nochmal, okay, Erwin? Wir müssen irgendwann mal Flachwitze erzählen. Hurricane. Dieses ganze Let's Play besteht aus... Hurricane. Dieses ganze Let's Play besteht aus Flachwitzen. Und Hurricanes. Hurrikan. Hurrikan, ja. So. Wir gehen... Oh, Slow-Motion-Teleport. Ja, wir gehen mal ein wenig nach unten. Gehen in diesen Raum. Unten. 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 Was findest du am Wort unten so komisch? Es fängt mit U an. Wer schaut sich das eigentlich noch an? Im Ernst, warum nehmen wir das auf? Warum laden wir das hoch? Warum schaut ihr euch das an? Du hast den Teleport vergessen. Ich werde mich jetzt nicht in die Ecke reingletschen. Vergiss. Ja, jetzt geht's auch nicht mehr. Doch. Nein. Doch. Nein. Klar, wenn ich wieder reingehe. Nein. Echt? Ja. Na doch, muss gehen. Nein. Doch. Geht aber nicht. Doch. Na, weil andere Räume bekannt sind, deswegen geht das nicht. Natürlich geht das. Guck mal, wenn du rauskommst, ist nur der eine Raum bekannt. Also das, der Ausgang. Der andere Raum, in den du dann reinkommst. Ja, aber wenn ich jetzt hier wieder reingehe, an der anderen Stelle. Achso, jetzt wieder raus. Ja, klar. Du an der Stelle kannst, geht natürlich wieder. Der Glitch. Der Glitch. Toller Glitch. Man sollte echt einen Solomons Key Puzzle Hack machen. Hey. Den würde bestimmt jeder spielen. Vor allem in einem Spiel mit random generierenden Dungeons. Ein Level Editor. War das jetzt wirklich nötig? Ja, war es. Hart. Ach, wir nehmen schon 20 Minuten auf. Oder 12. Ich habe keine Ahnung. Wir haben vor der Aufnahme noch viel zu lang rumgegammelt, als soll ich das jetzt genau bezeichnen könnte. Stimmt, wir haben uns das Aura-Projekt angespielt und der Attack... Äh, angeguckt und der Attack. Was? Ich habe mich gerade geportet und ich bin da drin gelandet. Wieder. Sag nicht. Doch. Sag nicht. Werden wir jetzt für Ewigkeiten da drin stecken? Tja, wir werden es sehen. Warte, die Map ist nicht geladen. Jo. Ist ein bisschen doof. Heißt das, ich bin jetzt für immer da drin gefangen? Das wäre sehr doof. Ist der Spielstandschrott? Anscheinend. Ne, im Ernst, das wüsste ich jetzt mir echt gerne. Nein, du kannst ja einfach neu laden, dann kommst du ja raus. Sicher? Ja. Der kommt doch da immer so rausgeschritten. Ganz elegant. Alter, woher weißt du sowas? Ähm, jo. Intuition. Ich habe schon gedacht, der Spielstand wäre schrottet. Wir müssten das ganze Let's Play neu machen. Ja, und vor allem den Tausende-Mor-Gold-Stab. Neu erfahren. Jo. Das hätte uns tierisch viel Spaß gebracht. Vor allem dir, weil du erfahren musst und ich nur dabei blöd zugucke. Und Hexen spielt. Korrekt. Und für alle, die immer noch nicht wissen, wovon wir reden, Hexen ist ein Mothpack für Minecraft. Geiles. Jo. Das ist jetzt Ansichtssache, aber es ist geil, ja. Ja, wieso? Ist es viel spannender als Minecraft. Klar ist es viel spannender als Minecraft, aber es gibt auch Leute, die mögen Minecraft überhaupt nicht. Egal, wie spannend das ist. Boah. Das würde ich allerdings jetzt auch nicht mehr so genau verstehen. Ich meine, das Vanilla-Minecraft ist auch gut. Aber was man mittlerweile alles in Minecraft machen kann, dann verstehe ich es echt nicht, warum man Minecraft nicht mehr mögen sollte. Ja, früher haben wir Minecraft auch verachtet. Minecraft hatte einen Umfang eines Stiefels. Stiefel. 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 Oh. So nennen wir den Part. Nein. Stiefelverb. Und jetzt bitte kein Lehrername, was dir zu Stiefelverb einfällt. Der weiß genau, welches Fach ich meine. Stiefelverb. Ah ja. Verdammter. Ja, verdammte Lehrere. Französisch. Verdammte Lehrer. Verdammte Axt. Verdammte Lehrer, Klammer auf. In Klammer auf. Verdammte Diarxt. Die mit einem einzigen Baum kaputt ging. Ich mag Minecraft Hexe nicht so. Ist schon geil, ne? Na okay, wir reden jetzt aber bitte nicht mehr über Hexe. Das wird dann jetzt wieder zu Insiderik. 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 Erik. Nein, frag nicht. Er ist Erik. Keine Ahnung, es gibt sicher einen Haufen Eriks. Wenn ihr jetzt zuschaut und Erik heißt, schreibt es bitte in die Kommentare. Und wenn ihr es nicht zugeben wollt, dass ihr Erik heißt. Hey, nennen wir uns zum Part Erik. Nein, nennen wir uns zum Part Erik nicht. Nicht Erik. Ich kann nicht reden. Erik wischt. Okay. Ich kann nicht reden. Jetzt killt die Scheißviecher. Ich hab die ganze Zeit drauf geschossen. So halbwegs. Oh, ich glaube, wir müssen gleich den Part beenden. Egal, für diesen einen Feuerdämonen, bla bla, ist noch Zeit. Ja, ja. Ich wusste das mit dem Reloaden echt noch nicht. Na, na, na. Was, dass du Mana verbra... Wohin? Nee, mit dem Reloaden vom Spielschnappost ist echt noch nicht, dass du dann so elegant rausschreitest. Spasti, kannst du mal bitte Leben verlieren? Nein, nicht, wenn du mit so einem Billigblitz draufschießt. Ah, ich werde meine Tänchen benutzen. Wir haben Elektrik-Stuff. Uh, Insider. Komm, komm, keine Insider mehr. Keine Insider mehr. Keine Insider mehr. Musst du das jetzt eigentlich zehnmal sagen? Ja. Bin ich jetzt gemeint von dir. Ähm, die sind Rotten Zombies, wie sie alle sehen können. Wow. Erstaunlich. Dumme Nebengeräusche. Klingelndes Handy. Wo klingelt denn hier ein Handy? Nirgendwo. Das ist ja ein dummes Nebengeräusch. Wow, ich habe Angst. Er hat Angst? Ich könnte sterben. Ich könnte sterben. Hilfe. Nein, könntest du nicht. Ja, sind sie so wild. Also wie viel Mana du hast? Mana gleich Leben. Was? Für alle, die es immer noch nicht gecheckt haben. Lachst du mich gerade behindert an, oder war das gar nicht dein Ernst? Was? Mana gleich Leben? Ja. Ohne Mana kannst du nicht schießen. Ohne Schießen ist es schwer zu überleben. Das stimmt. Na. Oh, er lebt noch. Den Kling. Jetzt lebt er nicht mehr. So, ich glaube, die Folge ist gleich auch vorbei. Aber komm, wir klären noch den Flau. Wir klären noch den Flau. Meine Fresse ist mit den 20 Minuten brocken. Ach nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht wieder so eine Scheiße wie ein Pwz Let's Play Part 6. Weißt du noch, was im Pwz Let's Play Part 6 war? Ja. Das weiß ich noch. 600 MB. Wir mussten alles nochmal spielen. Ja. Also alles, was wir in Part 6 gemacht haben. Ja, das war ja zum Glück relativ wenig. Und im Grunde genommen hätten wir auch schon ab Part 1 aufhören können. Schließlich haben wir das Pwz Let's Play. Ey, Alter. Was? Können die durch die ganze Map schießen? Ja, was glaubst du, wie bin ich in Hardcore verreckt? Im Ernst jetzt? Ja, aber nur, wenn sie dich anvisieren. Was? Yolo, was läuft denn bei denen? Ja, voll hart. Yolo, suda, moradolo. Shut the fuck up. Weiß mal. So. Jetzt haben sie mich hoffentlich nicht mehr anvisiert. Und, äh, wie... Ja, nur wenn sie gerade auftrat, meine ich. Verstehst? So. Komm. 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 Na, ihr kleinen Bastard. Was läuft denn bei dir? Was läuft bei dir denn? Nicht so viel, hä? Bist tot. Bist tot. Bastard. Bist tot. Bist tot. Warum nehmen wir diesen Part 2 auf? Im dichten Ficken. Der Whiskey-Mixer, der Whiskey-Mixer, der Whiskey-Mixer-Mix-Whiskey aus der Whiskey-Rose. So, ich kann... Im dichten Fichten-Dickich sind dicke Fichten wichtig. Im dichten Fichten-Dickich sind dicke Fichten wichtig. Und an dieser Stelle beenden wir den Part. Tschüss. Halleluja. Tschüss. 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 Gib einen Daumen nach oben. Nö. Likes battle. Nein. Nein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.